So, ja, Hallöchen Leute, da bin ich wieder, gleich geht's weiter und Kohle, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, die mitzunehmen, ich nehm's jetzt einfach mal mit. Aber irgendwie, so richtig lohnt sich's ja nicht. Aber ein paar EP gibt's. Dann können wir, wenn wir jetzt einen Diamanten noch finden, können wir auch mal anfangen zu verzaubern. Zwei Obsidian haben wir ja schon, das müsste ein, oder, Verzauberungstisch, zwei Obsidian, mehr braucht man nicht. So, hier, das Eis noch mitnehmen. Ach, hier ist auch noch was. Ja, ja. So, da geht's ganz schön tief runter, da, jetzt hab ich ihn da gebaut. Hab ich ihn hier gebaut. Auch unsere komische Ratte, ja. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, wo wir jetzt sind, in welcher Höhle. Aber ich war hier überall schon und, uah, ach ne, ich muss hier runter. Hier ist Gold. Gold nehme ich natürlich mit. So, 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 so. Und so. So, so. Und hier geht's nicht weiter. War ja klar, vielleicht geht's hier hoch. Ja, aber dahinter. Ah, doch. Ja, da drüben war ich ja auch schon, aber hier runter geht's. In die Erde hinein. Los. Also nicht in die Erde, sondern eher ins Gestein. Die unten... Oh, Lapis. Das braucht man zwar auch für gar nichts, aber... Ups, jetzt hat es leicht gerüttelt. So, da ist die erste Spitzhacke kaputt. So, ich überlege jetzt, welche... 22. Dann sind wir hier. Vielleicht, ob ich mich hier einfach mal durchbuddeln soll. Einfach mal ein bisschen. Das Erde. Kommt da was? Scheint nicht so. Hier mache ich jetzt auch mal. Sieht aber nicht so aus. Gut. Strip Mining kann man ja... Also, für jemanden, der jetzt nicht weiß... Öh, einfach auf Höhe 13. Oder Höhe 10 halt mit dem Fuß. Dann bist du am Kopf bei 13. Öh, lauter Gänge durchs Gestein graben. Bis du irgendwann findest immer eins lang. Die ganze Zeit. Öh, das werde ich vielleicht mal machen. Ich weiß noch nicht, aber... Ach, geht's da hoch? Ja. Also raus, meinte ich. Aber erst, wenn ich mal eine gut verzauberte Dierspitzhacke habe. Damit das auch in einer entsprechenden Geirrte ist auch noch was. Geschwindigkeit geht. Weil sonst wäre das nicht so spannend. So, hier jetzt... Da noch... So, tada... Da, hier Eisen, 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 Eisen... So... Ah... Uh, hallo. So, Cube World. Wer nicht weiß, was das ist, so ein Spiel... Ah, hier, ja, hier ist viel. Hier ist schön. Yay. So was Großes. Ich darf bloß nicht vergessen, dass da was ist. So, auch... Blöckchenweise geht das als Pfeil hier durch. Ja, wird schon. Aufgebaut. Bloß halt eher so im RPG-Stil als mit allem Möglichen. Also keine einfache Minecraft-Kopie, Sondern wirklich... Wuuuuh... Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? W-äh... Warum geht das Ding nicht kaputt? Ich verschwinde mal. Los! Los, verschwinde! Nein! Warum geht das Ding nicht kaputt? Warum geht das Ding nicht kaputt? Boah! Was? Was ist das? Äh... 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 Was mache ich hier? Ich will hier raus. Aus der Höhle. Hier zu. Raus, nur raus. Warum geht das Ding nicht kaputt? Wie viel Leben hat denn das? Das war danke für den Stein, aber... Äh... Hilfe. 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 Äh... Was gibt's denn da? Was ist denn da ein Wolfen? Ein Werwolf vielleicht? Ja, toll. Silber. Ja, jetzt bräuchte ich ein Silberschwertchen. Gibt's nicht in dem Spiel. Warte, 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 ich hab doch... Ähm... Gronkh hat den doch auch. Der hatte... Äh... Äh... Ach so, Gold. 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 Du brauchst Gold. Ein Goldschwertchen. Ja, dafür können wir jetzt sorgen. Gold haben wir jetzt ja. Ja, hör auf zu heulen. Ne, ich komm gleich. Ja. So, eins zu viel abgebaut. Egal. So, äh... Da, 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 da. Ach, wo ist der? Komm schon. Der ist da. Der interessiert mich erstmal nicht. So, jetzt werfe ich hier gleich mal weg, was ich nicht mehr brauche. Äh... Und dann kann ich auch noch später machen. So, ich mach jetzt nur mal zwei Gold. Äh... Sortier ich mal hier durch? Ne. Ja, sowas. Aber jetzt... Das ist nicht mehr. Dann hier nochmal... Äh... Äh... Ne, brauch ich ja nur einmal. So, dann kann ich mal hier drauflegen. Und hier dann bitte. Wo bist du, Mistviech? Ja, lass dich halt schlagen. Ja, weg ist er. Toll. Wow, ne Eisnacke und ne Steinspitzhacke. Ey, so ein riesen Mistviech. Und alles, was man dafür bekommt, ist so ein Steinding. Gut, auf jeden Fall. Ich mach mir mal... Äh... Noch ein bisschen mehr Gold. Und gleich noch ein zweites Goldschwert. Falls mir noch sowas über den Weg läuft. So, los, 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 los. Kann ich theoretisch auch gleich mal noch ein Eisenschwert machen. Das ist ja auch gleich weg. So, hier und hier. Ach, das ist ja wieder toll jetzt. So, der erste Eisen. So, so. Da zwei. Hütte. So, hier. Und das auch weg. Gut. Ich kann mal sehen, ob ich hier irgendwas... Ich geh erstmal da hinten lang. Hier ist wieder Yolt. Schönes Yolt. So, 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 so. Alter, da gibt's doch nicht. So, ab jetzt passe ich auf, ob hier irgendwo was heult. So, da komm ich noch drüber. Naja, war ich hier auch schon? So, bloß nicht, ich war hier schon. Na, könnte aber durchaus sein. Alter! Was ist das? Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ey, was war'n das? Und da hat lässt gar nix fallen. Mann, das Spiel ist nix für mich. Mit meinen schwachen Nerven. Die einfachen Mops sind auch schon genug. Gucken wir noch, so wie es ist, Skorpione oder was das jetzt war. Ne, da geht's wieder hoch, da will ich nicht hin. Ich will nach unten. Zu den Diamanten. So, erst mal du, weg. Ich komm hier eh nie wieder raus. Das ist das Problem. Na, da ist ja viel. So, 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 so. So, so. So, und hier ist nichts. Ich hoffe doch. So, jetzt bin ich gleich out of wackeln. Ah, hier ist nix mehr. Mit Gold kann man auch ruhig mal liegen lassen. Dann mach ich mal ein paar neue fackeln. Erstmal vorerst. So, so, das Lapis wird natürlich mitgenommen. So, dann nehme ich mal hier die Steinspitzhacke. Und grab mal ein bisschen Kohle ab. Ja, dauert jetzt gar nicht lange. Und, äh, ja, 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 der Werwolf. Dann, äh, das, äh, was war denn das andere für ein Vieh? Echt? Mich jetzt mal zu interessieren. Ich gucke, wahrscheinlich das nächste, äh, höchst komische Ding. Äh, das andere dann, das, äh, also ich glaube, ich wüsste schon, was ich meine. Dass das dann Steine gesetzt hat. Das geht ja auch gar nicht. Baut mir einfach einen Weg zu. So, bau mal bitte ab hier, los. Das ist so schwierig. Los, bau, bau. So, dann mach ich auch gleich wieder ein Folgenpäuschen. Und trink jetzt erstmal einen gemütlichen Tee. Fuck, nee. So, dann, äh, tschüssi und bis zur nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.